Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Ich möchte dir zuallererst natürlich ein frohes und gesundes neues Jahr wünschen. Ich hoffe, dass all deine Wünsche in Erfüllung gehen und dass wir natürlich auch gemeinsam auf diesem Kanal hier viele weitere tolle Sachen erleben werden. In diesem Video möchte ich heute mal um das Bilder organisieren sprechen in Lightroom. Und wenn du mal ein paar hunderttausend Bilder in deinem Lightroom-Katalog hast, dann denke ich, weißt du, wovon ich rede, dass es dann relativ schwierig ist, Bilder wiederzufinden. Und zu diesem Zweck möchte ich dir heute mal einen Ausschnitt aus meinem neuen Videotraining zum Thema Lightroom zeigen, den es auch auf meinem Store zu kaufen gibt. Und da geht es ganz besonders jetzt um das Thema Vertaggen bzw. Stichwörter. Und ich hoffe, du hast eine ganze Menge Spaß und lernst vielleicht auch ein bisschen was in dem Video. Und ich würde sagen, wir sehen uns am Ende wieder nach dem Ausschnitt. Jetzt lass uns mal so ein bisschen auf die Metadaten und die Stichwörter kommen, denn das sind zwei Dinge, mit denen man Fotos sehr, sehr gut wiederfinden kann in Lightroom. Und von daher empfehle ich dir auf jeden Fall, damit auch zu arbeiten. Ich selbst muss zugeben, ich war lange, lange Zeit kein Freund davon, weil ich das immer viel zu zeitaufwendig fand, dann, wenn ich immer Fotos importiert habe, die alle noch mit Stichwörtern zu versehen und so weiter. Aber ich muss sagen, inzwischen habe ich einen Lightroom-Katalog, der weit über 500.000 Fotos fasst. Und das Problem ist halt einfach irgendwann, dass man nichts mehr wiederfindet. Und da ist es schon extrem cool, wenn man einfach ein Stichwort eingibt, wie zum Beispiel Berlin. Und dann findet man nur noch Fotos, die man von Berlin gemacht hat, zum Beispiel. Oder man sagt, man möchte nur Fotos von der Ostsee haben. Und dann findet man alle Fotos wieder, die mit dem Stichwort Ostsee getaggt worden sind, zum Beispiel. Von daher, da solltest du auf jeden Fall gucken, dass du so ein bisschen Ordnung in deinem Lightroom-Katalog hältst, mit Stichwörtern und auch mit den Metadaten. Und von daher, lass uns da mal einen genauen Blick drauf werfen. Ich bin jetzt hier wieder in genau derselben Ansicht im Bibliotheksmodul. Und wenn ich jetzt hier mal auf der rechten Seite in den Paletten so ein Stück weiter nach unten scrolle, dann siehst du hier zum Beispiel als erstes mal die Palette Stichwörter festlegen. Und hier kann ich jetzt zum Beispiel einfach mal Stichwörter eingeben. Und wenn ich jetzt einfach mal für dieses Foto hier, für dieses erste Foto, das sind einfach ein paar Live-Fahrräder in Barcelona fotografiert, hintereinander in einer Reihe. Das war also eine Fahrt nach Barcelona, die ich damals gemacht habe, um dort ein bisschen zu fotografieren. Und da könnte ich jetzt als Stichwort zum Beispiel als erstes mal Barcelona. Ich kann jetzt aber auch hier nochmal reingehen und das Ganze durch Komma mit weiteren Tags versehen, wie zum Beispiel Fahrrad oder aber auch Lightroom lernen. Denn das ist jetzt hier zum Beispiel ein Foto, was in diesem Kurs vorkommt. Und von daher versehe ich das jetzt einfach mal mit diesen drei Stichwörtern. Das ist ganz cool. Jetzt habe ich hier für dieses Foto einfach mal drei Stichwörter festgelegt. Ich habe hier drunter übrigens auch noch Stichwort Vorschläge. Wenn man Stichwörter öfter verwendet zum Beispiel, dann kommen die hier in diesen Vorschlägen immer wieder vor. Ich gehe jetzt einfach mal aufs nächste Bild. Das ist übrigens auch in Barcelona gemacht. Habe ich aus einer Gondel heraus fotografiert. Und von daher kriege ich das auch wieder das Stichwort Barcelona. Und zum Beispiel Cityscape. Denn das ist eine schöne Cityscape-Ansicht. Und dann bestätige ich das Ganze wieder mit Enter. Jetzt gehe ich auf das dritte Bild. Das ist jetzt hier zum Beispiel auch in Barcelona gemacht. Weiß ich noch. Da kann ich jetzt hier einfach mal auf die Stichwort Vorschläge gehen. Und jetzt steht hier zum Beispiel schon Barcelona drin. Kann ich einmal draufklicken und dann ist das hier automatisch direkt drin. Und ich kann zum Beispiel auch sagen Grün und Pflanze. Die stehen jetzt hier schon drin, weil ich das natürlich schon mal vor dem Video so ein bisschen ausprobiert habe. Und von daher sind die jetzt hier schon mit drin. Und ich kann einfach über die Stichwort Vorschläge dann relativ schnell Stichwörter hinzufügen. Das ist eine sehr coole Sache. Ich kann jetzt hier auch Stichwort Sätze bilden. Das heißt, im Moment ist das hier benutzerdefiniert. Ich kann die letzten Stichwörter anzeigen lassen. Ich kann aber auch zum Beispiel hier für Hochzeitsfotografie und so weiter mir Stichwörter anzeigen lassen. Wie zum Beispiel Braut, Bräutigam, Familie, Feier, vor der Feier, Hochzeitsfest. Das ist von Lightroom schon vorgegeben. Man kann sich da aber auch selber solche Sätze bilden. Wenn man zum Beispiel Hochzeiten fotografiert, viele, dann kann man jetzt hier damit zum Beispiel alle Bilder taggen, die vor der Feier gemacht worden sind, die während der Feier gemacht worden sind, wo Familienbilder drauf sind. Und dann kann man die sehr, sehr einfach alle schnell sortieren. Und wenn man dann zum Beispiel vom Brautpaar noch gesagt bekommt, ja, sie hätten gerne noch ein paar mehr Familienbilder, dann kann man ganz einfach alle Familienbilder sich anzeigen lassen. Das ist sehr, sehr cool und spart eine Menge Zeit. So, dann können wir jetzt hier mal weiter runtergehen. Hier gibt es auch noch die Stichwort Liste. Das bedeutet, wir haben jetzt hier zum Beispiel gerade ein Foto, was das Stichwort Grün drin hat. Und dann wird dieses Foto angezeigt. Wir haben drei Fotos, die aus Barcelona sind. Und dann kann ich auch hierüber dann das Ganze finden. Jetzt werden wir zum Beispiel hier, wenn ich auf diesen Pfeil hier klicke, nur noch die drei Fotos angezeigt, die das Stichwort Barcelona haben. Also das ist sehr, sehr cool und du merkst, man kann jetzt auch gerade bei diesen wenigen Bildern, ist es natürlich extrem schwer, da ein gutes Beispiel zu finden. Aber wenn man dann wirklich mehrere tausend Bilder hat, dann wird das Ganze doch schon sehr, sehr effektiv. So, ich mache jetzt diesen Filter hier nochmal aus und gehe jetzt hier noch ein Stück weiter runter. Und jetzt kommen wir hier zu den Metadaten. Und man kann jetzt hier in den Metadaten ganz, ganz viele Sachen verändern. Man kann zum Beispiel dem Bild einen Titel geben, man kann den Dateinamen verändern, man kann aber auch zum Beispiel den Ersteller verändern. Im Moment ist das hier Stefan Schäfer, also ich. Man kann jetzt hier auch ein Copyright noch allen geben und man kann ganz, ganz viele Sachen machen. Also da ist fast keine Grenze gesetzt. Man kann jetzt hier zum Beispiel auch sehen, wie die ganzen Kameraeinstellungen waren. Man kann die Abmessung, also die Auflösung hier sehen. Und da kann man eine ganze Menge noch verändern. Man kann zum Beispiel auch die Beschriftung hier noch eingeben. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel drin bin, dann kann ich einfach erst mal einen Titel geben, wie zum Beispiel, ja, ganz kreativ Pflanze. Bildunterschrift gebe ich jetzt einfach mal eine Pflanze in Barcelona. Das ist jetzt einfach nur mal ein kurzes Beispiel. Also wie gesagt, du kannst diese Metadaten verändern, wie auch immer du möchtest. Und dafür kann man auch verschiedene Vorgaben nutzen, wie zum Beispiel hier, ich habe mir schon mal so eine Vorgabe erstellt. Ich kann aber auch hier auf Vorgabe bearbeiten klicken. Und dann kannst du hier zum Beispiel eingeben, wie dein Preset aussehen soll. Also wenn du zum Beispiel irgendwas immer wieder auf alle Fotos anwenden möchtest, dann kannst du das hier einstellen. Habe ich zum Beispiel mal gemacht hier, dass zum Beispiel immer drin steht Copyright bei Stefan Schäfer. Das Ganze ist urheberrechtlich geschützt. Ich bin der Ersteller, ja, und dann kann man hier unten dann auch per Häkchen immer noch genau bestimmen, welche von diesen Daten überhaupt in die Metadaten geschrieben werden sollen. Wie zum Beispiel dieses Copyright, dass es urheberrechtlich geschützt ist. Mein Erstellername soll drinstehen. Meine Webseite hier unten, die soll drinstehen. Und ich bin vom Berufstitel her Fotograf, das soll auch drinstehen. Ja, und so kann man sich das alles hier so einstellen, wie man möchte. Man kann hier ganz, ganz viele Sachen einstellen. Da kann ich jetzt gar nicht so detailliert drauf eingehen, weil das wirklich den Rahmen sprengen würde. Aber schau es dir einfach mal ein bisschen genauer an und da kannst du in den Metadaten sehr viel verändern, womit du dann natürlich auch erstens Sachen wieder suchen kannst, aber auf der anderen Seite deine Bilder auch ein bisschen schützen kannst. Denn wenn du sie zum Beispiel ins Internet hochlädst, dann sind diese auch über Suchmaschinen sehr, sehr einfach wiederzufinden und andere Leute können diese Metadaten dann nicht bearbeiten. Jetzt möchte ich dir natürlich auch noch kurz zeigen, warum wir das eigentlich machen. Warum geben wir hier Metadaten ein? Warum vergeben wir Stichwörter und so weiter? Die Suchfunktion, also wie kann ich die nutzen? Du siehst schon hier oben, hier gibt es den sogenannten Bibliotheksfilter. Und hier habe ich verschiedene Möglichkeiten, nach verschiedenen Sachen zu suchen. Ich könnte zum einen hier nach Text suchen, also wie zum Beispiel einen Dateinamen hier eingeben und dann den darüber finden. Ich könnte über Attribute suchen, dazu kommen wir gleich noch. Wir können nämlich Fotos auch bewerten bzw. auswählen und mit Farben versehen, aber das ist ein extra Video, dazu kommen wir gleich noch. Aber ich kann zum Beispiel auch nach Metadaten suchen. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich möchte hier in den Stichwörtern suchen und ich möchte mir alle Fotos anzeigen lassen, die jetzt das Stichwort Cityscape haben. Und da habe ich jetzt hier zum Beispiel nur ein Foto mal gemacht und das mit Cityscape versehen. Ich könnte mir alle Fotos anzeigen lassen, die das Stichwort Barcelona haben. Wie gesagt, das sind diese drei hier. Und ich könnte zum Beispiel auch sagen, ich möchte alle Fotos anzeigen lassen, die noch gar kein Stichwort haben. Das sind jetzt genau 24. Insgesamt haben wir 27 Bilder, drei haben ein Stichwort. Deswegen sind das jetzt hier noch 24 Bilder, die noch gar kein Stichwort haben. So, ich könnte aber auch weitergehen und zum Beispiel hier nach Kameras suchen. Das heißt, ich nehme jetzt hier einfach mal wieder das Stichwort komplett raus. Das heißt, ich klicke hier einmal auf alle, dann werden wieder alle angezeigt. Aber ich möchte zum Beispiel mir jetzt mal anzeigen lassen, alle Bilder, die mit der Nikon D800 fotografiert worden sind. In dem Fall sind das hier alle. Von daher bringt das jetzt gar nicht so viel. Aber der große Unterschied ist, man kann jetzt zum Beispiel auch noch Objektiven suchen. Und ich hatte einmal das 14 bis 24 Millimeter Objektiv dabei und einmal das 24 bis 70 Millimeter. So, 21 Fotos siehst du hier, habe ich mit dem 14 bis 24 Millimeter gemacht. Und sechs Fotos sind mit dem 24 bis 70 Millimeter entstanden. Und ich kann jetzt hier einfach mal auf das 24 bis 70 klicken. Und jetzt haben wir hier insgesamt sechs Fotos angezeigt bekommen, die mit dem 24 bis 70 Millimeter fotografiert worden sind. Das ist sehr, sehr cool. Das heißt, ich kann wirklich mit ganz vielen verschiedenen Suchmethoden Fotos wiederfinden. Und da sind wirklich eigentlich keine Grenzen gesetzt, was ich hier alles suchen kann. Ich kann jetzt diesen Bibliotheksfilter auch ganz einfach wieder deaktivieren, indem ich hier mal auf keine klicke. Dann ist dieser Filter aus und mir werden alle 27 Fotos genauso wieder angezeigt, wie es sein sollte. Aber du weißt jetzt ganz genau, wie du Fotos sortieren, filtern kannst und auch wiederfinden kannst. Und das ist richtig cool. Und ich empfehle dir auf jeden Fall, auch wenn es ein bisschen zeitaufwendig sein sollte, das Ganze zu machen, weil du hast einfach am Ende, wenn dein Lightroom-Katalog mal sehr, sehr groß ist, die Möglichkeit, sehr einfach diese Fotos wiederzufinden. Das war es zum Thema Stichwörter ein Lightroom. Ich hoffe natürlich, dass du da ein bisschen was lernen konntest, was Neues. Und wenn es dich so sehr interessiert hat oder beziehungsweise so sehr begeistert hat, dann schau doch einfach mal auf meinem Online-Store vorbei. Der Link steht auch immer hier unten unter dem Video. Und da gibt es diesen kompletten Kurs dann zu kaufen. Das ist wirklich ein Kurs, wo Lightroom mal komplett von A bis Z behandelt wird. Alle wichtigen Funktionen, die da notwendig sind, um dieses Programm zu verstehen, werden da wirklich ganz genau erklärt und auch mit Praxisbeispielen versehen. Also, wenn du da Bock drauf hast, dann schau da einfach mal vorbei. Ansonsten wünsche ich dir natürlich wie immer viel Spaß beim Fotografieren und Bearbeiten. Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Wenn du es noch nicht getan hast, abonnier den Kanal, dann verpasst du keine weiteren Videos mehr. Und drück natürlich auf Gefällt mir, wenn dir dieses Video gefallen hat. Das freut mich immer ganz besonders. Also, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Ciao. Bis zum nächsten Mal.